Ein Vierteljahrhundert, Gerd Heidemann beim Sterben, meine Damen und Herren. So wie wir Lars angelegt haben, ist das jetzt für mich Heidemann. Und das ist großartig gewesen. Der Heidemann war der Grund, warum ich das Projekt zugesagt habe. Es war die Figur Gerd Heidemann. Und unabhängig zu dem, was ich dann über ihn historisch herausgefunden habe, ist er einfach schon im Buch ein wahnsinnig schillernder Charakter, der so als Spieler extrem dazu einlädt, ihn darstellen zu wollen. Weißt du Felix, was ich sage, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt? Ich sage, ich bin Journalist. Weißt du warum? Ne. Weil ich einer bin. Das Spiel mit Lars, was immer wieder einfach einen irren Spaß macht, weil das einfach ein Kollege ist, der so begabt, so genau ist, dass du, du kannst noch so kleinen Ball schmeißen und der fängt den und schmeißt ihn zurück. Und dann gerade in der Comedy macht das halt irre viel Spaß. Ich bin Gerd. Das freut mich gern. Ich bin der Conny. Der Original-Heidemann ist für keinen von uns wirklich greifbar und verständlich. Und genau so spielt Lars den auch. Ich glaube nicht. Ich recherchiere. Ich würde den Beweis erbringen, dass es Hitler-Tagebücher gibt. Ich bin ein großer Lars-Eidinger-Fan, obwohl ich noch nie mit ihm gearbeitet hatte, weil das wirklich ein Traum ist, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich habe selten jemanden helfen, der so viel Lust an der Arbeit hat.